Ein Grau, der zittert jeden Tag mehr. Stimmt. Fast so, als würde es etwas spüren und aus seinem Schlummer aufwachen. Die neuen Uruks sind Faulpelze. Sieh sie doch an! Faulenzen den ganzen Tag! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Halt! Ich habe etwas gesehen! Spank den Sklaven! Töten! Das ist das Ende! Wie kann ein verdammter Tag so viele von uns töten? Das ist das Ende! Das ist das Ende! Das ist das Ende! Ich frage mich, warum sich jemand die Mühe macht zu lernen, wie man ein Karakor reitet! Spar deine Energie fürs Töten! Spank den Sklaven! 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 auf der Lasten. Rauchst du, Yang! Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Torrennen das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr, wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pach später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Das bestätig. Es ist nicht leicht! Der letzte Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die ausgestoßenen Flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Eine Axt verlor. Ich hab sie wiedergebracht, wenn ich sie in seinen Rücken schlug. Der schamlose, kleine Feindling... Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns! Hast du das gehört? Fragen Sie, als würde jemand herumschleichen. Wir decken deinen Scherz. Was ist das? Was ist das? Wir kommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harter Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Freiheit! Diese Männer sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Ich wurde und hab zur Mauer hinaufgeblickt, von der ich gefallen bin. Hat aber kaum wehgetan. Bin ein zäher Knochen. Dann hast du so große Angst vor gut. Sie sind schwach wie Kleinkinder. Der Niveau ist einer. Sie sind niemals allein. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Das ist unsere Chance. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Still, Worm! Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Scheint dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Wir alle angebracht werden, sobald wir fertiggestellt haben, was wir uns brauchen. Etwas anderes ist völlig undenkbar. Warum ist das für uns ein Leben? Dann wäre ich die Dinge halt etwas schnabiger geworden. Ich bin glättest du undenkbar. Was wir schnabiger. Ich bin glättest du, dass er die Wesen und tätig ist. Spuren. Es geht nicht. Aufschneist. und wenn nun dein Leben danke Waldläufer deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Faden vielleicht da jemand umher alle gemeinsam ja 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 Was für ein Art Zauber ist das? Ein verlorenes Abschlück, Talion. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder. Ja. Nun wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur, was willst du von mir? Nein. Schnell, es läuft davon! Oruk-Jäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Oh ja. Ich bin ja. Ja. Ich bin ja. Ja. Schnell. Ja. Ja. Du gehörst mir. Du bist nichts gegen uns. Nehmt ihn sein Schmück her. Mich bewegt. Schnell, es läuft davon. Oh, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Schnell, das ist nicht nur die Karagor. Hier ist es ein Schmück. Schnell, du hast du hier. Ich könnte es nicht so gut. Ich kann es nicht so gut. Schnell, du hast du da. Ich kann es nicht so gut. Ich bin hier, du hast du da. keine kleine kreatur lauert irgendwo hier in den schatten ihr wird sich erinnern mein schatz wir werden ihn zwingen ja 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 wir brauchen es zurück wir brauchen es schweig sei still mein schatz es wäre so leicht sich an mich anzuschleichen nein nein tut uns nichts leuchtender herr ja wir kennen ihn leuchtender herr kam zu uns in unseren träumen ja 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 wir schwören es wir schwören dem leuchtenden herr zu ich traue ihm nicht wir brauchen ihn willst du nicht erfahren wie ich bin wir brauchen 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 wir brauchen